Joss, haus, Leute, seid ihr herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf Mk, heute gibt es mal wieder eine Reaction, wir reagieren auf Ferro47, Mani, Fied, Kassad. Warte, ich stand da gerade, 1.10.2018, Alter, was ich aber jetzt nochmal ganz kurz sagen wollte, Leute, ich habe ja schon auf den Song reagiert, letzte Woche, da war das Musikvideo noch nicht draußen und sorry, Leute, falls der Ventilator irgendwie zu laut sein sollte, aber in meinem Zimmer, es ist zu heiß, ich kenne den Song schon, aber ihr habt mir trotzdem in den Kommentaren geschrieben, bitte reagiere jetzt nochmal auf Ferro, Mani und Und ich bin deswegen nochmal, dachte ich mir, komm, reagieren wir drauf, Musikvideo ist auch am Start, reagieren wir auf den Song, Mani. Kurz, genau, das wollte ich unbedingt noch loswerden, zu dem Thema Songs wurden geleakt, der hat den Song geleakt, der Song ist schon draußen, Leute, ihr habt mir auf Instagram und auch in den YouTube-Kompetenzen, In den Kommentaren habt ihr mich wirklich, ja, was heißt voll gespammt, aber das war schon Spam, willst du den Song haben, ich habe den Song schon, ich habe schon Ferro47, Mani, ich habe den Song, ich habe den Song, ich kann dir den schicken, die Stars. Leute, wenn ein Song geleakt wurde, dann hört euch den Song einfach nicht an, ladet euch den Song nicht herunter, ich weiß, es ist schwer, ihr wollt es, aber stellt euch mal vor, ihr tretet quasi auf das Werk von dem Künstler, ihr habt es euch heruntergeladen, Aber, das hat Ferro null gebracht, boah, sorry, das hat Ferro so null gebracht, wartet doch die paar Tage und streamt den Song einfach so, das wollte ich unbedingt noch loswerden, so, weil, gibt diesen Leuten, die diese Songs dann legen, nicht diese Aufmerksamkeit, sowieso, jemand, der Songs leakt, ist der größte Bastard, sorry, dass ich das so gesagt habe, aber, das wollte ich unbedingt noch mal loswerden. Ich muss sagen, hier gibt es eine Stelle vom Songletter, die ist anders heftig, diese Stelle ist wirklich zu krass, die kommt jetzt gleich, dieses, ähm, war ich damals, war ich anders, voila, damals war ich anders, und dann, diese Stimme von ihm, Dieses Schreien, die in seiner Stimme kommt dann so geil, ne, dass man einfach einen Gänsehautmoment hat, das habe ich auch schon im Trailer gesagt, und ich habe auf den Song reagiert, ich kam selbst nicht klar, Leute, ich kam einfach nicht klar, aber jetzt gleich hören wir die, äh, hören wir die, äh, hören wir die, jetzt, 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 Ey, Leute, genau diese Stelle, also jetzt, nochmal, geht hier jetzt gleich weiter, das war der Anfang, aber jetzt gleich geht es halt weiter, ey, was war da los mit mir, ich konnte mich nicht mehr festhalten, nur diese, keine Ahnung, wie viele Sekunden, 20, 25 Sekunden, die haben mich komplett umgehauen, aber so komplett, der Song ist gut, der Song ist echt gut, aber diese Stelle ist zu gut, Gut, so, und die hören wir jetzt gleich, also jetzt, wenn ich auf weiter drücke, genau, jetzt, Das war die Stelle, das war die Stelle, die ich meinte, Leute, schreibt mir in die Kommentare, bin ich der Einzige, der dieses, diese Stelle so fühlt, Alter, was ist da los, ich verstehe das nicht, aber, Er, bei, bei seiner Stimme, dieses, dieses Kratzige in seiner Stimme und dann dieses Schreiende, ich feiere das übelst, ich feiere das einfach, ich mag das unnormal und ich finde, er kann auch, er kann auch singen mit dieser Stimme, das passt irgendwie alles, Alles passt schreiende Stimme, kratzige Stimme, Gesang und dabei kam halt dann das da raus, wisst ihr, und dann diese Also ganz kurz, versteht mich nicht falsch, mit orientalischem Beat meine ich halt diese eine Stelle, dieses Das ist ja so orientalisch gehalten, das meinte ich damit, zu Hook, das habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt, ich finde die Hook, Leute, dieses, was Kasat da sagt, Mani, Mann, das ist mir irgendwie zu viel Autotune, sage ich euch ehrlich, das ist mir zu viel Autotune, aber wenn nochmal Ferro, Manni, Manni, Manni sagt, dann ist das nochmal geil, so, wisst ihr, so, Von, wie soll ich euch das bewerten, der Anfang geht geil ab, geht geil ab, geht geil ab, dieses, was Kasat, Manni sagt, geht dann wieder so, ah, und dann kommt wieder Ferro und rettet das Ganze nochmal, also so, ist, Musik ist Geschmackssache und so kommt mir das rüber, ich finde dieses, Manni, Manni, Manni von Kasat ist irgendwie so, ah, ein bisschen Okay, und jetzt hören wir halt nochmal, das war jetzt der Part von Kasat, jetzt hören wir noch einen kurzen Part von Ferro und dann kommt halt nochmal die Hook rein, also ich muss sagen, das Beste an dem Song, finde ich, ist, äh, Ferro, wie sich das anhört, als wäre Kasat nicht, gut, gar nicht, Leute, so, so möchte ich das gar nicht sagen, nur die Hook, ich finde Ferros Part sehr, sehr stark, ich finde, äh, die Hook von, wo Kasat Manni sagt, nicht so stark, dann finde ich es nochmal richtig gut, wie Ferro Manni sagt, dann finde ich Kasats Part nochmal gut, und, also, Kasat war im Großen und Ganzen gut, und Ferro war halt sehr, 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 sehr gut. Ah ja, voll vergessen, Ferro kommt ja jetzt nochmal rein, hab ich ja unnormal, hab ich einfach voll vergessen, Leute, hab ich voll vergessen, wenn ich mir mal angucke, die Songs von Ferro mit Ja ja, ne ne ne, Puerto Rico, wie im Traum, Manni, muss ich schon sagen, also, ich muss ehrlich, ne ne ne, war halt, Ja ja, fand ich so stark, Puerto Rico fand ich nicht stärker, so, wie im Traum war unnormal, auch wieder starker Song, aber ich muss sagen, Manni ist schon, boah, ich glaube, Manni ist sogar vielleicht auf 1, schreibt mal eure, eure Reihenfolge rein, was, 1, 2, 3, 4, macht mal eure Reihenfolge, würde mich unnormal interessieren. Tschüss, diese Stimme, Hustenbonbon ist auf jeden Fall nicht da. Wenn noch diese, wenn Ferro Manni, 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 ja, sagt, hört sich das wieder gut an, ich freu mich schon nochmal für ihn, weil ich hatte wirklich Angst, so, boah, okay, viele haben jetzt schon den Song sich angehört, er ballert jetzt doch noch ein Musikvideo raus, Ich hatte jetzt wirklich Angst für ihn, der Song wird irgendwie, keine Ahnung, nach irgendwie 24 Stunden 40.000, 50.000 Aufrufe haben, ist gar nicht so, nach 15 Stunden, der Song hat schon 400.000, 500.000 Aufrufe, also krass, ist nochmal krass gut angekommen, Also alles richtig gemacht, ihr den Song richtig direkt rausgeballert, Musikvideo direkt rausgeballert, wirklich gut gemacht, nochmal diesen Leak, der Song wurde ja geleakt halt, nochmal diesen Leak, eine Gegebenheit, also wirklich gut gemacht, ehrlich, gut gemacht. Und ich freu mich, dass der Song auch so, so Aufmerksamkeit bekommen hat, ihr wisst gar nicht. Boah, anders. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen zu Ferro für sie, Manni mit Kazat. Wenn ihr dann zeigt, bitte einen Daumen nach oben, schreibt mir gerne eure Rangliste rein von den Songs von Ferro, welche ich dir krass finde. Wie findet ihr Manni, Leute? Meine Reaction zu Manni mit Kazat von Ferro. Bewerten und Kommentieren nicht vergessen, abonniere diesen Kanal, um in Zukunft auch keine Reaction zu verpassen, aktiviere die Glocke, bis ihr benachrichtigt, auf Instagram, MehmetK-1212, zu krasse Bilder, könnt ihr gerne abchecken, macht's gut, haut rein und ciao.